Ja, ein fetzend geiles Servus an euch da draußen, meine Willen-Krippel-Freunde. Servus an meine Abonnenten, Servus an meine Abonnenten, Servus an meine Community, an meine Investoren-Family und natürlich auch Servus an die Hater. Ihr alle habt hier einen Platz bei mir. Freunde, apropos Hate, die regulatorische Landschaft in der EU und dessen kleineren Themen wird hier das große Thema in diesem Video sein. Und zwar, was habe ich hier für euch parat? Die EU drängt Banken zu Instant Payments. Und wenn wir Instant Payments hören, dann hören wir natürlich auch sofort Krypto. Das werden wir heute mal beleuchten. Dann Verbot anonymer Krypto-Zahlungen. Hier geht ein bisschen FAD um sich, was das Ganze nicht so klar macht. Das beleuchten wir hier auch. Ihr wisst Bescheid, dass wir hier auf meinem Channel, in meinem Content recht nüchtern an jede Sache hier rangehen. Und dann EZB-DLT-Tests für Großhandelstransaktionen, Leute. Welches Projekt wird's? Das schauen wir uns alles an. Also let's fett rein hier. Ja, Freunde. Somit welcome to the first Thema hier in diesem Video. Wir haben nämlich hier eine neue europäische Verordnung, Leute. Was ihr eh schon lesen könnt, EU erhöht Druck auf Banken, Instant Payments einzuführen. Die Uhr tickt bereits. Instant Payments Verordnung nennt sich das Ganze und in drei Wochen soll das Ganze in Kraft treten. Am 8. April, was glaube ich sogar schon weniger wie drei Wochen sind. Auf jeden Fall von diesem Datum an haben Banken und Zahlungsdienstleister in den 27 EU-Mitgliedsstaaten nur noch neun Monate Zeit, die Vorschriften einzuhalten. Das bedeutet, dass sie ab dem 9. Januar 2025 dann schlussendlich soweit sind, sofort Überweisungen in Euro empfangen zu können. Und das ist im Bankenwesen wirklich ein heftig krasser Einschnitt und heftig wenig Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Die EU erhöht nämlich den Druck auf Banken, Instant Payments anzunehmen. Es ist schon beachtlich oder krass zu sehen, wie stark die EU den Druck erhöht, auf die Banken Instant Payments anzunehmen. Damit Verbraucher und Unternehmen mit anderen Regionen gleichziehen. Konkurrenzkampf kann man es auch nennen. Die EU-Kommission fordert eine umfassende Einführung von Instant Payments, um die europäische Wirtschaft zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Zahlungssystemen zu verringern, wie zum Beispiel Mastercard und so weiter. Visa und Mastercard steht zum Beispiel hier auch im Artikel drin. Also Leute, Ziel ist es, die Abhängigkeit von Finanzinstitute und Infrastrukturen von Drittländern und insbesondere von Visa und Mastercard zu verringern. Ja, so öffentlich sagt man hier das. Stärkung der strategischen Unabhängigkeit des europäischen Wirtschafts- und Finanzsektors ist also das Ziel. Das hört sich irgendwie auch schön an. Schauen wir mal, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Ja, und Instant Payment, das Wort alleine wird ja schon mit Krypto in Verbindung gesetzt. Mit DLT, der neuen Technologie darunter. Liquidität auf Knopfdruck, Leute. Also Instant, ja, sofort. Also Blockchain kann für Instant Payments genutzt werden, logischerweise. Die Blockchain und schnelle TPS sind hier zum Beispiel einige technische Details, die man hier verbinden kann mit diesem Thema. Und hier kennt ihr vielleicht schon auch diese Seite Chainspect, wo wir hier sehr viele Kryptos und es werden immer mehr hier mit hierher reingenommen. Da können wir uns die Blocktime zum Beispiel anschauen und natürlich die TPS. Da wir uns die Blocktime anschauen, zum Beispiel 0,25 Sekunden bei Arbitrum 0,43, bei Solana, Telos, Phantom, alles unter einer Sekunde, BNB, Clayton, dann kommt Hedera mit zwei Sekunden zum Beispiel und natürlich die TPS, ja, da ist zum Beispiel Hedera an der ersten Stelle mit 1.318. Ja, diese Instant Payments oder Transaktionen müssen natürlich auch irgendwie alles gerecht werden. Von daher, meiner Meinung nach, technische Details wie zum Beispiel Blocktime und TPS spielen hier eine große Rolle. Kann mich aber am Schluss auch irren und die EU nimmt irgendein Meme-Coin, ja. Also nur hier als Vergleich zum Beispiel. Ob und wann und in welchem Ausmaß hier DLT genutzt wird, bleibt dann sozusagen abzuwarten, Leute. Aber sehr krasser und interessanter Schachzug auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt, was hier Europa hier vorhat auf jeden Fall. So, was aber eher bedrohlich oder einfach unangenehm zu bewerten ist, ist folgendes Thema. Die EU hat nämlich neue Regeln beschlossen, die den Handel mit Kryptowährungen betreffen. Und das könnt ihr hier an dieser Schlagzeile zum Beispiel schon lesen. Piraten-Europa-Abgeordneter, mit EU-Bargeld-Obergrenze und Verbot anonymer Kryptozahlungen droht schleichende finanzielle Entmündigung. Folgende Punkte wurden hier eigentlich jetzt momentan festgestellt. Anonyme Wallets sind nicht mehr erlaubt und Kryptobörsen müssen strenge Identitätsprüfungen für Transaktionen über 1000 Euro durchführen. Für Leute, die ihre Kryptowährungen privat halten wollen, wird es schwierig, dass sie sich vielen Überprüfungen unterziehen müssen. Punkt drei. Die neuen Regeln könnten dazu führen, dass Transaktionen länger dauern und sogar abgelehnt werden, wenn die Dokumentation nicht den Standards entspricht. Und genau das ist bei neuen Regeln ja immer wieder das Problem. Schafft man hier mit den neuen Regeln Erleichterung oder macht man alles noch schwieriger? Punkt vier. Die Regeln treten Ende 2024 in Kraft und könnten den Wettbewerb im Kryptosektor beeinträchtigen. Ist ja logisch. Und was soll man sagen? Der Krieg gegen die Privatsphäre und Bargeld geht also weiter. So könnten Leute einfach gezwungen sein, ausländische Kryptoanbieter zu nutzen und zu suchen. Danke Vater Staat oder danke Europa wieder mal. Hierzu möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz den Europaabgeordneten und digitale Freiheitskämpfenden Dr. Patrick Breyer zitieren, der hier folgendes gesagt hat. Anonyme Zahlungen zu verbieten hat bestenfalls minimal senkende Effekte auf die Kriminalität, würde aber unbescholtenen Bürgern die finanzielle Freiheit nehmen. Welche Medikamente oder welches Sexspielzeug ich einkaufe, welche politische oder sexual bezogene Filme ich ansehe, geht niemandem was an. Zum Einsammeln von Spenden sind Dissidenten wie der verstorbene Alexei Nawalny und seine Ehefrau weltweit heute zunehmend auf anonyme Spenden in virtuelle Währungen angewiesen. Auch Wikileaks wurde von Kreditkartenfirmen bereits der Spendenhahn zugedreht. Das alles will man somit mehr überwachen Leute und uns mehr kontrollieren. Wo jede Zahlung erfasst und für immer gespeichert wird, drohen Hackerangriffe, unberechtigte Ermittlungen und eine abschreckende Staatsaufsicht über jeden Kauf und jede Spende. Sogar bei den Spenden musst du schon dann somit aufpassen. Dieser EU-Krieg gegen das Bargeld wird sich noch böse rächen. Seit tausenden von Jahren haben Gesellschaften auf der ganzen Welt mit Bargeld, das die Privatsphäre schützt, gelebt. Mit der schleichenden Abschaffung des Bargelds drohen Negativzinsen und das jederzeitige Abdrehen der Geldversorgung über Kartensperrungen. Das wird umso einfacher Leute. Das ist einfach brutal in welche Richtung wir gehen. Schleichend Leute, schleichend. Die Abhängigkeit von Banken nimmt bedrohlich zu. Wäre da natürlich nicht DLT Leute. Eine derartige finanzielle Entmündigung gilt es zu stoppen. Wir müssen stattdessen Wege finden, die besten Eigenschaften von Bargeld in unsere digitale Zukunft mitzunehmen. Auch im Netz haben wir ein Recht darauf, in Kryptowährungen bezahlen und spenden zu können, ohne dass unser Zahlungsverhalten anlasslos und personenbezogen aufgezeichnet wird. Wenn die EU glaubt, virtuelle Währungen im Alleingang regulieren zu können, hat sie das weltweite Internet nicht verstanden. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt hier von unserem Dr. Patrick Breyer, der es uns hier auch nochmal zusammengefasst hat. Hier sehen wir dann, was ihr eventuell eh schon öfter gesehen habt hier als Bild. Bargeld-Obergrenze einführen und anonyme Zahlungen in Kryptowährungen verbieten. Ja, die Grünen, die Linke, Freie Wähler, CDU haben sich dafür entschieden. Dr. Patrick Breyer hat natürlich dagegen entschieden und auch die AfD hat sich hier dagegen entschieden. Bildet eure eigene Meinung aus dieser ganzen Sache, Leute. Und jetzt nochmal zum Fad und zum Missverständnis. Patrick Hansen hat es hier nochmal sehr schön gesagt und auch mal ein Feed dagelassen auf Twitter, alias X. Selbstverwaltete Geldbörsen sind nicht verboten. Ja, Self-Costity-Wallets, wie zum Beispiel hier meine Tangem-Karte oder Ledger-Karte oder oder genau Ledger-Stick, ja, Hardware-Wallet halt eben, sind natürlich hier nicht verboten. Zahlungen an und aus Self-Costity-Wallets sind nicht verboten. Peer-to-Peer-Überweisungen sind ausdrücklich von AMLR ausgeschlossen, ebenso wie Self-Costity-Software- und Hardware-Wallets. Ja, ganz, ganz wichtig, hier nicht die Panik und die Kretze bekommen. Allerdings ist das Bezahlen mit Krypto zum Beispiel an Händler, ja, an Börsen oder an Shops mit einem nicht Care-IC-konformen Self-Costity-Wallet je nach Einrichtung des Händlers schwieriger beziehungsweise verboten. Und das macht hier die EU halt eben falsch mit genau diesen beschlossenen Urteilen oder Sachen oder Punkte oder Regeln. Es macht alles nur unnötig, unkomplizierter und jeder wird hier unter einen Kamm geschert. Scheißegal, was ist. Und das ist das Traurige, Leute. Das ist das Traurige, denn das stärkt die Shops, die Unternehmen, die Startups wieder mal nicht in der EU. Und wir müssen zum Beispiel dann zum Beispiel, müssen wir einfach uns ausländische Krypto-Unternehmen oder Krypto-Anbieter uns aussuchen, die von dieser Regel halt nicht betroffen sind. Diese Änderung sowie die niedrigeren Schwellenwerte für anonyme Bezahlungen wurden leider schon vor Monaten vereinbart. Jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Ich halte aber natürlich euch auch ebenfalls hier up to date. So und wenn wir schon bei der EU sind, dann lese ich euch ganz kurz noch meinen Tweet hier vor. Erstens mal Glückwunsch an alle, die sich dafür entschieden haben, sich die Zeit zu nehmen, um DLT zu recherchieren und zu investieren, Leute. Glückwunsch, tatsächlich. Jetzt heißt es nur noch abwarten, geduldig bleiben und aktuell bleiben natürlich. Die Europäische Zentralbank, EZB, hat ihre Ziele für Testläufe zur Abwicklung von Großhandelstransaktionen mit Hilfe von Distributed Ledger-Technologie, DLT, skizziert. Ja, Moment mal. Also Blocktrainer und seine Degree sagen doch DLTs scheiße. Naja, egal. Also, weiter geht's. Diese Testläufe sollen dazu beitragen, die Effizienz, Sicherheit und Liquidität bei der Abwicklung von Großhandelsgeschäften zu verbessern. Zu verbessern, effizienter machen, sicherer machen und günstiger zu machen. DLT, Leute. Boom. Die EZB steht an, verschiedene DLT-Plattformen zu testen und die Auswirkungen auf die bestehenden Zahlungs- und Abwicklungssysteme zu bewerten. Ich sage euch eh schon immer wieder, es wird getestet. Egal, ob wir es mitbekommen oder nicht. Ob es jetzt öffentlich ist, ob es ein größerer Test ist, ein kleinerer Test, viele Tests oder nur ein einmaliger Test und so weiter. Es wird schon längst hier getestet. Egal, ob Banken, kleine oder mittelständische Unternehmen oder die Big Player, die Gruppe allen Milliarden große, schwere Firmen, die auf der Nasdaq gelistet sind und so weiter und so fort. Es wird hier längst sich schon längst, 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 längst echt krass aufgebaut Richtung DLT. Und es geht hier um Nutzen. Freunde, Großhandelstransationen im Zusammenhang mit der Europäischen Zentralbank beziehen sich also auf den Austausch von Vermögenswerten in großen Mengen zwischen Banken und anderen Finanzinstitutionen. So, Leute. Und hier, die EZB testet. Diese Transaktionen beinhalten oft hohe Geldbeträge und dienen der Abwicklung von Handelsgeschäften, Interbankengeschäften oder andere finanziellen Transaktionen auf institutioneller Ebene. So, die EZB arbeitet daran, durch den Einsatz von DLT neue Möglichkeiten für effizientere und sicherere Abwicklungsdienste im Großhandelsbereich zu schaffen. Freunde, es könnte so derbe, pervers interessant werden für uns, die sich schlau gemacht haben, die diversifiziert haben, verdammt nochmal, weil kein Projekt wird eine Nische für sich selber alleine bekommen, den ganzen Kuchen. Das glaube ich nicht. Oder sagt mir, ihr da draußen, kennt ihr irgendeine Firma, die über die Jahre oder Jahrzehnte eine Nische für sich selber komplett alleine, 100% sich ergattern konnte? Also ich kenne keins. Und so wird das bei den DLT-Projekten auch ähnlich der Fall sein. Dass endlich das große Volumen auf die Blockchains kommt, worüber ich seit mindestens zwei Jahren, drei Jahren euch immer wieder vollquatsche. Hoher Liquidität und hohes Volumen auf einer Blockchain bedeutet höhere Nachfrage und somit höhere Preise. Natürlich hängt der Preis von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel Angebot und Nachfrage, sowie Angebotseinschränkungen, also regulatorische Klarheit natürlich oder regulatorische Landschaft natürlich. Marktpsychologie spielt da auch eine Rolle. Regulatorische Änderungen und technologische Entwicklungen spielt alles, alles eine Rolle bezüglich dem Preis. Du kannst hier nicht einfach irgendeinen Indikator schauen oder irgendeine News und der Preis steigt nicht. Leute, es ist viel komplexer, es ist viel, viel, viel komplexer. Aber das würde auf alle Fälle in die richtige Richtung gehen, was wir hier lesen können, Leute. Hier habe ich noch unter meinem Tweet hier von Sebastian eine Frage bekommen, welche DLT-Coins und Projekte gibt es. Ja, also werden hier halt dann schlussendlich genommen oder getestet. Ich glaube, das hat ihr gemeint. Schmucklos hat hier gleich mal drauf einen Link gepostet. Grüße gehen raus an euch zwei zum Beispiel. Europäische Blockchain für vorkommerzielle Beschaffung. Und diesbezüglich habe ich euch in der Vergangenheit mal kurz erläutert gehabt. Also IOTA zum Beispiel bezüglich EPSI, die Europäische Kommission durch die vorkommerzielle Auftragsvergabe, PCP, auch hier zu lesen, neuartige Blockchain-Lösungen entwickeln, die den Anforderungen der europäischen Blockchain-Dienstinfrastruktur, EPSI, entsprechen. Diese Lösungen sollen grenzüberschreitende öffentliche Dienstleistungen mit höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards ermöglichen. Und durch diese PCP werden innovative Distributed Ledger oder Blockchain-Lösungen entwickelt und getestet, die den EU-Rechtsrahmen einhalten und Anwendungsfälle mit hohem Transaktionsvolumen unterstützen. Ja, wie ich euch ganz am Anfang hier schon erwähnt hatte, es werden auf jeden Fall viele technische Anforderungen sein. Viele technische und fundamental starke Punkte werden sie sich natürlich hier anschauen, wie das halt zum Beispiel eine ganz normale Firma oder Bank sich das auch anschaut. So wird das hier bei der Europäischen Union, denke ich mal, auch ausschauen und wird sich dementsprechend so aufstellen. Und dann schaut man sich hier natürlich auch die hohen Transaktionsvolumen zum Beispiel an. Und dass das unterstützt wird. Letztendlich strebt die Europäische Kommission an, die Einführung von Blockchain-Technologie in ganz Europa voranzutreiben und die Entwicklung neuer grenzüberschreitender Anwendungsfälle zu fördern, Leute. Es ist unfassbar bullisch, was wir hier lesen können, hören können und auffassen können, was hier alles Richtung oder in Europa hier passiert rund um Kryptowährungen, rund um DLT, dass noch vor 5, 7, 8 Jahren einfach volle Kanne in den Schmutz gezogen wird, befasst man sich hier schon die letzten 2, 3 Jahre auf der höchsten Ebene, Leute. Und jetzt komme ich zu den Verbindungen, was ich einfach denke, dass die die höchsten Stellenwerte einfach hier haben, rund um dieses Thema oder Themen hier in Europa. Also Verbindungen von Projekten zu Europa und somit meiner Meinung nach mögliche Kandidaten für alles, was wir in diesem Video als Thema gehabt haben, Leute. Und da gehört meiner Meinung nach Algorand ganz, ganz oben mit dabei. Bei Quantos Payments zum Beispiel hat die Einführung einer regulierten programmierbaren Euro auf dem Algorand-Netzwerk angekündigt. Algorand wurde auch als öffentliche Blockchain ausgewählt, um die Plattform für digitale Garantien in Italien zu unterstützen. Ja, hier lese ich zum Beispiel kurz mal vor. Wir haben uns für Algorand entschieden, weil es unter den genehmigungsfreien DLTs ein beispielloses Maß an Innovation und Sicherheit bietet und auch in Sachen Nachhaltigkeit führend ist. Betonte Federico Rayala, Professor am CETIF, unser Ziel ist es, Italien nicht nur dabei zu helfen, sich von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise zu erholen, sondern auch durch Innovation und Führungsstärke zu glänzen. Unsere ökosystemorientierten Projekte sollen dazu beitragen, strategische Plattformen zu schaffen, wie zum Beispiel die von Algorand unterstützte Plattform Digital Sururities. Wir sind davon überzeugt, dass diese Plattform einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes leisten können und werden. Zum Nutzen aller. Das war Punkt 2. Punkt 3. Möglichkeit der Ausgabe einer digitalen Zentralbankwährung CBDC unter Verwendung der Algorand Blockchain-Technologie. Und hier wird das zum Beispiel auch in diesem Projekt oder in diesem Dokument TheBlockchainTest.com auch ordentlich zerfetzt oder halt auseinandergenommen, dass halt das tatsächlich möglich ist. Dann Projekt Nummer 2, was ich denke, dass es ganz oben ist, ist IOTA. Egal wer was jetzt sagt, IOTA, bist du deppert? Da gab es nämlich auch ein paar. IOTA, IOTA, Grüße geht raus natürlich an die IOTA-Community. Ich kann es jetzt nicht finden, auf jeden Fall waren hier viele Kommentare, die, wenn sie IOTA gehört haben, ja, 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 lach, lach, lach. Finde ich gar nichts zum Lachen. IOTA ist da mega fetzengeil, auch mittendrin und auch auf meiner Liste. IOTA nämlich die dezentrale und sichere Infrastruktur für die europäische Blockchain-Dienstleistungsinfrastruktur. So, für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Dienstleistung in der EU zu unterstützen, Leute. Darum geht es hier zum Beispiel, ja, PCP, wie auch schon hier vorgelesen. Das Orchester-Projekt zum Beispiel, Leute. IOTA-Orchester-Projekt zieht darauf ab, die Automatisierung und Verwaltung von IOTA-Nodes speziell für Unternehmen in Europa zu erleichtern. Automatisierung und Verwaltung, um deren Einsatz in verschiedenen Anwendungsfällen zu unterstützen zum Beispiel. Dann natürlich, IOTA hat eine EU-konforme Web3-Lösung vorgestellt, die darauf abzielt, die Einführung von Web3-Anwendungen in Europa zu unterstützen. Und natürlich, IOTA generell gute Technologie, um CBDCs oder digitale Euro darüber laufen zu lassen zum Beispiel. Auch mit IOTA 2.0, EVM und so weiter, was alles hier noch so gestartet wird, das wird meiner Meinung nach auch richtig gut tun für das Ökosystem und für die Community und für alle Beteiligten. Dann, Leute, darf natürlich XRP hier natürlich auch nicht fehlen. Da gibt es auch genügend Partnerschaften und Verbindungen. Ripple macht in Europa Fortschritte, indem es eine Zulassung als Zahlungsinstitut von der FCA in Großbritannien erhält. Das ist die geilste Nachricht eigentlich, was momentan das aktuellste ist, sage ich jetzt mal. Diese Genehmigung ermöglicht es, Ripple seine Dienste im Rahmen der EU-Richtlinien anzubieten und stärkt seine Präsenz im europäischen Zahlungsverkehrssektor. Sind somit offiziell in Europa anerkannt. Das wird hier zum Beispiel auch erwähnt. Hier könnt ihr nochmal selber nachlesen. Hier, Cooperated Governance meets Data and Technology. Tja, dann sind sie natürlich Goldmembers der Digital Euro Association und arbeiten somit gemeinsam an den CBDCs und digitalen Euro. Damals zum Beispiel war hier noch die strategische Partnerschaft mit Modular und Ripple, um nahtlose Zahlungen nach Großbritannien und Europa zu ermöglichen. Ja, also es gibt genügend Partnerschaften und Vernetzungen, Verbindungen rund um Ripple und dessen Dienstleistung, das ja auf den XRP Ledger aufbaut. Diverse ODL neuerdings Ripple Payments Partner. Damals kündigte man zwei neue Partner an in Europa, zum Beispiel Lemon Way in Frankreich und XBED in Schweden, um es Verbrauchern und Unternehmen einfach zu machen, in der Region weltweit Zahlungen in Echtzeit durchzufüllen. Ja, da wären wir ja wieder hier beim Anfang. Instant Payments, ne? Alles fügt sich so ein bisschen. Und natürlich ist ebenfalls hier die Technologie genügend geeignet dafür, damit man hier das auch anwenden kann, das Ganze. Dann weniger Verbindungen wie jetzt die drei genannten Leute, also IOTA, XRP und Algorand, aber auch dementsprechend hier nicht zu vernachlässigen, meiner Meinung nach, ist Hedera, also HBAR, ebenfalls Partnerschaft mit der Digital Euro Association. Die DEA setzt sich für die Förderung und Entwicklung von digitalen Euro-Währungen ein, während die HBAR Foundation sich auf die Förderung und Unterstützung der Hedera Blockchain konzentriert, die die Grundlage für die Hedera-Hashcraft-Kryptowährung bildet. Durch diese Partnerschaft streben beide Organisationen an, das Verständnis und die Akzeptanz von digitalen Währungen zu fördern und die Entwicklung von Innovationen, Anwendungen auf der Basis ihrer jeweiligen Technologie voranzutreiben. Diverse Cross-Border-Payments durchgeführt über Hedera von Banken zum Beispiel, Shinhan Bank, Standard Bank, hat jetzt natürlich nichts mit Europa zu tun, aber dementsprechend natürlich, weil einfach die Technologie, Hedera, HBAR, Hashgraph, so krass und einfach heftig ist, meiner Meinung nach im gesamten DLT-Space einfach das Beste, was es momentan gibt, sehen wir auch anhand des TPS und die schnellste Decks haben wir zum Beispiel auch auf Hedera laufen und so weiter und so fort. Also diverse Cross-Border-Payments würden auch hier schon erfolgreich durchgeführt, was effizienter, sicherer und schneller war, wie das traditionelle System halt momentan funktioniert. Technologie darunter, mehr als geeignet Leute und natürlich auch Hedera gestaltet die regulatorische Landschaft in vielen Ländern, zum Beispiel hier von damals, habe ich euch auch in einem Video mal zusammengefasst, als Mittel des Hedera Hashgraph-Government-Councils hatten wir das Privileg, eine Audienz bei der Right Honorable Lord NetWay im House of Lords zu haben, also das Parlament in London, wo wir das Potenzial der Blockchain-Technologie und Tokenisierung zur Lösung der größten gesellschaftlichen Herausforderungen erkundeten. Also hier Hedera und die Governing Council-Mitglieder natürlich auch drauf und dran, die regulatorische Landschaft mitzugestalten, wenn es um DLT geht, wenn es um Informationen für die Politiker geht, leistet hier Hedera auch sehr große Arbeit hier in Europa, aber auch anderweitig. Und natürlich die Governing Council-Mitglieder, was ja die großen Big Player sind und gleichzeitig auch die Validatoren, Leute. Das stimmt mich natürlich nochmal über Bullish. Einziges europäisches Mitglied beim Governing Council ist das Deutsche Telekom, gehört auf jeden Fall auch noch mit auf meine Liste, wenn es hier um dieses Thema geht. Hier haben wir es, die Europäische Zentralbank EZB hat ihre Ziele für Testläufe zur Abwicklung von Großhandelstransaktionen mit Hilfe von DLT skizziert. Freunde, ich habe bestimmt viele Punkte ausgelassen, bestimmt viele Vernetzungen, Verbindungen, ja sogar vielleicht Dienstleistungen ausgelassen, persönlich den genannten Projekten. Ja, vielleicht habe ich sogar kleinere Projekte ausgelassen, die auch mit am Start sein könnten oder vielleicht sogar schon getestet werden. Who knows, who knows, Leute. Aber meiner Auffassung nach, umso größer natürlich ein Projekt, umso mehr Aufmerksamkeit schenkt es natürlich auch der EZB zum Beispiel oder der Europäischen Union generell. Und deswegen hier die drei, vier genannten Projekte, die meiner Meinung nach ein sehr großes Interesse hier wecken könnten und auch sehr vieles, ja, geschmeidiger im System machen können. Leute, ich sage es euch immer wieder, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ihr habt es besser gewusst, damals schon, wer natürlich mehrere Jahre schon drin ist, ich bin seit 2017 schon drin, ihr habt es einfach besser gewusst, wie die ganz Großen da oben, wie die Geschäftsführer von Banken und von Unternehmen, wie die Politiker. Ihr habt es besser gewusst, wie die, weil ihr euch damals schon mit Krypto, mit DLT beschäftigt habt. Und jetzt ist es soweit, es wird immer mehr auf DLT geachtet, es wird immer häufiger erwähnt, in jeder bedenklichen Nische. Und das ist einfach so heftig geil und eine Genugtuung für die Stunden, für die Monate und Jahre über recherchiert und aktuell geblieben, Leute. Deswegen hier auch nochmal, lasst euch nicht einsaugen von Maxis, nicht von XRP-Maxis, nicht von BTC-Maxis, nicht von MemeCoin-Maxis, egal von welchem Maxi. Lasst euch nicht einsaugen, ich weiß, es ist leichter, sich einsaugen zu lassen, aber am Ende verpasst ihr nur das Große und Ganze. Diversifizieren nicht vergessen, Leute. Und natürlich keine finanzielle Beratung hier an dieser Stelle auf meinem Channel. Und somit sage ich mal, ciao, ciao. Weiterhin klug investieren und wir sehen uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis, bis, euer Won. Wenn, avis, ich glaube, duino.